Es sind wirklich Monate vergangen, ja? Seit Ewigkeiten versuche ich an einen guten Droll von dieser Waffe ranzukommen und endlich, endlich ist es soweit. Ich habe meinen God-Droll bekommen von der Kantate und zwar wirklich meinen persönlichen God-God-Droll mit hier Messsucher, Schnelltreffer, verbesserte Geschosse, Kleinkaliber und noch Mass Effect Range. Das ist mein absoluter God-Droll, ich bin so happy mit der Waffe und sie fühlt sich so unfassbar gut an. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich sie mit meinem Empfinden besser als die Paländromen finde. Absolut kranke Hände kennen, ich bin so gehypt, sie euch heute zu zeigen. Wenn euch das Video gefällt, auf jeden Fall ein Like auf dem Video lassen und natürlich, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Würde mich sehr freuen, ist kostenlos für euch und damit ab ins Video, let's go! Oh, du, dass ein Namen man überrascht kann. Das Team. Ich hab ihn. Ich wollte gerade Schulter, ich hab schon gewollt, ich komm. Was? Okay, der Trade war absolut unfair. Ich bin gerade extrem überrascht, das ist die erste Rolle, die man spielen kann von der Waffe, wo ich hab. Und dann verschieße ich solche Schüsse stark, okay, stark, stark, stark. Einer. Der kommt nicht von hinten, der Spawns. Oh mein Gott, zu viele. Äh, ich weiß es nicht, ich hab sie einfach. Die Jagd beginnt. Und war auch noch perfekt. Ich hab mal meine Henke nachgeladen sollen, ne? Können wir den bitte killen? Bitte irgendjemand? Warum? Ah! Warum muss ich den killen? Hey! Ah! Habe ich verschossen. Die Handgen fühlt sich so clean an. Fühlt sich letztendlich an wie eine Paläne rum. Es kann nicht sein, Mann. Alles gut. Oh Gott, das war nicht clean. Alles gut, alles gut, alles gut. Der hat mich ein bisschen verwirrt, gäbe ich zu. Please, Hilfe doch, irgendjemanden zu killen. Der Juggernaut ist sehr unbalanced, Alter. Ich fang langsam auch. Ich schwöre, ich fang lächern, Juggernaut selbst zu spielen. Boah, ist Juggernaut nervig. Wie funktioniert Juggernaut? Muss ich irgendeine Fähigkeit haben, damit ich Juggernaut hab? Oder ob ich es einfach durchgehen, wenn ich hier renne? Okay, das. Oh mein Gott Ich bin echt leid, aber ich brauche den Kerl, sonst gehe ich drauf Nice Oh mein Gott, so viele Gegner, Schultercharge Was ist hier los Jetzt habe ich wieder den Kack-Buff Oh nö, du Find ich echt nett von ihm Ich liebe die Connection von der Waffe Fuck, ich habe gewartet, dass mein Headshot drückt Mein teammate, Alter Viel lieber nicht Ich würde mein Können gerne mit einem Titanen die ermessen Warte eben Er zuerst die Maudi, ich will nichts hören Der muss mich lieben Ich glaube ich habe keinen Bock da rein zu pushen Keiner wo ich stehe, aber es funktioniert Alles gut Hab ich daneben geschossen Oder nicht Fühlst du dich stärker? Ist er mein Nate Das solltest du auch Ich mag die Handcan wirklich extrem Die fühlt sich richtig stark nach einem Palindrom an Und ich finde sie von vielen her gerade sogar ein bisschen Ein kleines bisschen besser als Palindrom Wenn ich ehrlich bin Das ist krass Das habe ich nicht erwartet Mega nice Snipe Alles klar hin können Okay, okay, okay Wie konnte ich ihn verschießen? Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Oh 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 Ja Fuck Wölfe Wiedet eure Beute und erledigt sie Also Crippi Krippi Hier ist noch Die Flammen sind gelöscht Zeigt ihnen was das bedeutet Warte ich Nachladen damit Ha, ich liebe das leidende Nachladen Das Heulen ist verstummt Kehre in den Kampf zurück Ein klarer Sieg Zweiter Leben Ha, 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 ha Let's go, da habe ich auch noch, oder? Ja Ich bin so cracked Man muss einfach eins Ich bin so cracked Ein solcher Sieg ist der Grund Warum es das Eisenbanner gibt Die Range ist so überragend Ich finde das so gut Ja, den gewinne ich den Fight. Hast du richtig gesehen. Ich hab dir geholfen, jetzt hilfst du mir. Oh, das ist one. Ah, ich hab keine Nade. Sad life. Auf mir herzulaufen. Warum ist vorne hier? Ah, ein LKW. Ich wollte oben hin rutschen und nicht gegen den, ähm, äh, wie heißt das? Keine Ahnung. Oh, das one. Hey, noch einen Schuss mehr hätte ich mir holen können. No, er kommt rechts vor. Ey, die fühlt sich so clean an. Ich find das so gut. Endlich ein Roll von ihr, wo ich sagen kann, ja man, könnte ich mir vorstellen zu Mane sogar. Richtig nice. Wieso bin ich nicht frozen? Wieso bin ich so verschossen? Vielleicht mal eine Ahnung! Oh, links und ohne Fusion. Woah! Zusammen kann euch nichts aufhalten. Weißt du? aber die connection ist auch mega nice kann ich bitte nicht von dir sterben alles gut die kontrolle zeigt ihnen was das bedeutet guten morgen aber das haben wir verloren lasst mich da weg fließt haben sie geschossen war eine lange zeit meinen lieblings fernklinen dass du nicht klein beigibst die fiskung einfach zu mir um bist du so aber da habe ich ja nicht normales eisenbanner gestartet da habe ich anstatt freelance